Ja, ist das schon abgelaufen, ist gut. Ja. Hm. Sehr schön hoch. Ich hab ja wirklich... Ich habe so lange... Willst du eins? Ma, wieso schnau... Ich will ans... ich will an den Tisch, schnau immer an den Typen mal. Na, aber kannst du mir eins geben, wenn du maus? Erst, erst mal. Jetzt glaube ich ja noch, wo ist das hier? Hm. Ach quatsch, äh, Entschuldigung. Was denn? Ich hab selber noch vier. Hast du noch? Wie soll ich den nicht ganz benutzen? Ja, ich hab gar nicht mehr daran gedacht, je. So, wir können ja in dem Bein auch mal ein Weg geben, wenn du magst. Ja. Ja. Okay, das heißt, ey. Ja. Hm. Horn vorn alarmiert die an, ok. Sind die da vorne? Sind die da hinten? Was machst du mir nicht mehr? Und das Horn pusten. Ach so. Ja. 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 Ging ein bisschen nach Rektal-Trompeter, ne? Ne zu, Alter. Ach der, Alter. Ich habe mich auf eure Ankunft gefreut. Äh, ich. Zeh. Hm. 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 Grüße, Champion. Ich bin der Tochter. Ich bin überzeugt. Ein einziges Individuum kann sich das verändern. Ich sehe, man kann die gleiche vorne killen. Mhm. 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 Ich hab mal jetzt eine ausprobiert, das schien krass zu sein. Ja. So, ich hab einen gerettet. Mhm. Wir müssen rein, glaub ich, ne? Ich glaub ja. Boah, krass. Mhm. Hat sich Geld zerfetzt, ne? Mhm. Hm. Hm. Ah, nö. Warte, was ist los? WTF? Mein Bildschirm ist schwarz. Echt? Ja. Oh, ich hör dich noch. Oh. Oh. Boah, ich glaub ein bisschen was abgekackt hier gerade. Oh, die Piki geht los. Ja, ihr kackt gerade was ab. Ich kann nichts machen hier. Ich beiche dann ab, ne? Scheiße. Ich geh zu dir zurück. Da, komm. Oh. Da. Lass mal den Scheiße hier machen jetzt. So, komm. Was ist da? Ja, hallo. Wir sehen uns noch eine Quest. Ist doch grad mal fünf Minuten her, seit mir das Spiel abgeschüttet ist. Aber das ist... Ist das nicht die falsche Richtung? Wieso? Ne, wieso? Der ist direkt vor uns. Okay. So, einen brauchen wir noch. Nicht wahr? Ja. Nö. Da ist was unten, ne? Hier. Zack! Schwein! Schwein! So gefährlich hier. Nö, die auch noch looten immer. Beste, was wir gleich machen werden, was richtig... richtig fit hier, zeig mal. Ja? Was? Mh, da melde ich mal an für ein Billet und dann klopfen wir nochmal weg. Hey, sag mal, warum nehmen wir uns so'n Umweg hier? Wir können einfach um diese Höhle da wieder durch. Gibt's die Höhle hier? Ne. Hier, oder? Wieso? Hier. Oh, da steht er ja. Der Gude. Hm. Hm. Ja. Hab ich mich gefragt, wieso haben wir das nicht gemacht? Die Captain sind echt. Die Captain sind echt. Hm. Die Captain sind echt. Tötet Beistein, drackbar in der Beistein- äh... Schlappe. Ja. Ja. Bin ich auch noch? Will ich einmal? Ja. Nee. Denken? Dumgeon, ja. Dumgeon? Ja. 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 Ich hab' ja geklärt. Ach, das war ja geklärt. Ach doch, die muss man ja auch. Hab' ich doch gesagt. Ne? Ja, ja. Natürlich. Ja, ja, ja. Komm hier. Du weißt ja, das leck mit dem Marsch. Echt? Oh, guck mal, was hier gleich neben uns erschienen ist Du bist so aggro Ich nicht Wo? Ups Wollen's was sein? Die müssen wir gar nicht mehr, aber... Auch ein wenig? Nee, wir mussten nur drei und die, aber dann wappen wir und die... Okay, könnte kloppen Ich kloppen So, kann ich dem Kollegen noch geben, siehst du Die Ono weg hier Hallo? Ja? Da bin ich Ich glaub, wir müssen hier hochgehen Ach? Also nicht hier direkt, sondern... Da müssen wir hoch Da geht's hoch Ich weiß, dass es da hoch geht Echt? Mh Mh... 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 Was trinkst du? Mh... Warte mal Kaffee? Nee Tee Einmal zum Bier Echt? Ja Mh... Mh... Wo noch hier? Wo? Äh... Wir haben ja alles Echt? Ja Der ist da unten jetzt irgendwo Da, siehst du... Oh! 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 Was ist? Ich dachte, er ist so schön, er hat so einen Quetsch, ne? Aber... Ja, der hätte ich dem Typen geklaut, ich hab nicht gesehen, zuerst nicht... Ich dachte, der braucht das nicht ab, das er braucht, oder so... Und dann habe ich meinen Abbauvorgang unterbrochen Weil ich so ein netter bin, nein Hallo, lootest du mal press? Was soll ich denn looten? Alter, wo bist du eigentlich schon wieder? Ja... Die... Die Quest! Ich hab die abgegeben, deswegen... und jetzt drückt er mich... hier... und ich... oah... Schon zu spät... Ich loote den jetzt, ne? Ich hab den gelootet... 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 Und stellt euch dem Urteil jeder... Ein anderer nimmt das... Wollte ich nur sagen... Was willst du denn jetzt eigentlich? Ich muss ihn doch selber umbauen... Hm... Das ist ja... So schön... Ich bin da... Sag mal, für mich ist das irgendwie... ist das fertig für mich, oder nicht, oder? Nein, das ist nicht fertig... irgendwie... Jetzt muss man doch einfach nur raus hier... Echt? Okay... So können wir reiten... In Ordnung... So... 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 Okay... So... Führe. Nee, ich tut nichts. Ja. Ich würde sonst mal beantworten haben, hier. Jo, ne? Jo, das geht jo. Ich muss ihn mal überlegen. Äh. Was nehme ich denn jetzt? Okay, scheiße, das Ding. Wow! Ist er aufgewertet worden? Mhm. Coole Sache. Finde ich auch. Wo ist das? Bumm. Bumm. So, kratschen wir die alte jetzt an, oder was? Äh. Ach so. Jetzt müssen wir sie da hinbringen, ne? Was muss ich? Die alte da hinbringen. Äh. Ach so, dahin, ja? Mhm. Mhm. Ja komm, ein-, zwei-, oder dreimal kommen jetzt so ne Angreifer hier gleich. Mhm. Ja, da ist ja. Ja, da ist ja. Wie tun wir ihn noch zuhören? da kommt schon der nächste so vorhersehbar seid gekickt unsinnigerweise das ist der Becker Mikro-Wript hier weiter zu den anderen Weg nehmen können ich danke euch, hier sollten wir sicher sein Kommt, lasst uns mit Mayla sprechen Kommt, lasst uns mit Mayla sprechen was die Mayla Da ist die Mayla Ja, hallo Wo ging Eisenstier am Kippenrand? Oh Gott Jetzt kommen wieder so unmenkwässige Wallstar Style Zwei Stück Jetzt mal hier vorne Grüße, Champion Sprechen wir gerne Jetzt mal in der Geschichte Lasst mich euch die Legende von Huln Hochberg erzählen Hm Lange Zeit bekriegten sie den Tauchen dieses Berges Wie Schache oder so, ne? Äh Stehen wir ihn da rüber und dann hier läuft der Stärkauer und so Eines Tages kehrte Huln Hochberg von einer je nach Schlachten zurück und fand sein Volk niedergemetzelt von einem unbekannten Feind Nooo Nooo das war die Die Anführer der verbliebenen Stämme zu sehen Die Anführer der verbliebenen Stämme zu sehen Die Anführer der verbliebenen Stämme sind die größer Sommelt eine Flasche mit Alles klar. Ach, wir wollten mal ein Begehen machen, oder? Ja, wollten wir Wir wollten Ach, da kommt noch später diese Quest, wo man so einen beknackten Trommeln die ganze Zeit einsammeln muss Kommst du? Ja, hier ist... Ich hab ihn nie gesehen Was ist da? Ich hab ne Quest über die Sogen Da ist schon wieder... Ungültiges Ziel? Wer soll das? Ungültiges Ziel? Ey, hör mal auf damit! Ja, du auch Was soll das? Jetzt hör auf damit Hör auf! Du hörst jetzt mal auf damit Hörst jetzt mal auf damit Da lass die Kacke Sag mal, bist du ein Kind oder was? Jetzt mach ich nichts mehr Ich verkaufe meinen Zaugten Ich krieg diese Flasche nicht hier Hallo! Ich mach nix Ich mach nix Schlachtwelt Mal hier, Alter Verpackt Ja, dann lassen wir erstmal Rein da und dann Lass uns jetzt richtig schön kaputt schlagen Und äh, dich mal hier Gleich Oh ne Mother Trudel Mother Trudel Ich geb sogar Futter aus Ich hab noch ein Flaschen Aber Ja, hab ich auch noch Hab ich auch noch drin Wow, das nehm ich Oh, ich hab noch nie einen Stein gehabt hier Nehmen wir grad auf Ich... Ich... Wir haben wahrscheinlich unsere Rüsten gesehen Und dann... Wieso? Wir haben eine Standardrüstung Persönlich finde ich jetzt nicht so schlimm hier Puh Ja wahrscheinlich dissen die uns später Wenn die sagen, ey ihr seid doch Dämonenjäger Ihr Bruder Mhm Wir und so Ich nicht weiß, wo... Wo ist Knopf? Mach nix schlag hin Knopf Knopf Wo ist Knopf? Knopf Wo ist Knopf? Der macht Knopf Duper Der Geduldige Haha Haha Wir nehmen wir gleich die Rechte Lohre hier oder was? Mhm Das ist die Einfachste ne? Ja So, deswegen Sind wir zu 85 hier Alle gehen dach hin? Okay Ne, die sind jetzt abgedreht Ich glaube die ist jetzt zu doof hier Alle weg hier Jetzt sind wir zu 40 Und das ist ja schonmal Fail Und das ist ja schonmal Fail Spiel Jetzt Und Franzosen Du bist ja entschieden alle Hm, wie immer Probier ich auch mal vorgehen Ah komm, ich geh auch vor Ah, ich bin schon tot I'm a man, your mother Wo ist der Ausgang? Ach wie Wo ist der Ausgang? Ach gut Ah, GZ Nimm ich schön Wieso hast du, wieso hast du, wieso hast du? Wieso hast du? Wieso hab ich? Ah man, ey, ich werd hier angegriffen Ich bin noch nicht ganz Und sind wieder am sterben Ich auch GZ Hey GZ Was heißt das? Ich bin nicht mit Klasse und dass die jetzt gestorben sind Das ist doch, wenn man irgendeine Irgendeine Funktionen da umballert oder so Mhm Alter, was machen die alle? Ich bin außer Reichweite Und schon wieder der blöde Dudu Der Dudu, pass auf, da komm ich runter Ist der hinter dir oder? Ja der war hier eben Ja komm jetzt, wir müssen mal irgendwas machen hier Wohin, komm sag was Der war hier Der wusste wo der jetzt ist Wir müssen irgendwie eine Logo holen Wo sind die Loren eigentlich? Ja hier ist eine Aber wir schaffen das sowieso nicht Es traut sich auch keiner dahin, wo die alle sind, ne? So jetzt geht wieder einer einzeln da rüber Gute ein Heiler sein Jetzt klopfen die sich da oben Versuchen die Lore zu holen Eigentlich sind wir voll die Pfeifen, ey Mhm Mhm Haha Ziemlich scheiße Total scheiße Engels Ja irgendwas war da gerade, hab ich auch gesehen Und ich kann das nicht Boah, Alter Nicht schlecht Ich sterbe Bleib am Leben Der ist ja auch gleich weg Ja wie soll ich denn am Leben bleiben? Ich bin tot Bleib am Leben, ne? Ja genau das hab ich gesagt Alter Poli Cheater, ne? Ich sag dir, du sind der letzte Müll Ey der war immun gegen Betäuben Was für ein Bitchpisser, alter Er ist weg Der Dude is down Wer hat diese Dings da umge... Keine Ahnung wer das war Ich kann's dir echt nicht sagen Und der Dude bestimmt Naja das kann, das kann gut möglich sein, ja Kommt's denn weg Wär ich ein Jäger Und hätte ich noch Wallen Warte, jetzt kommt hier noch einer dazu Komm, lass mal abziehen hier Scheiße Hm Irgendwie hab ich mich selber im Visier Das ist komisch Oh oh, guck dir das da unten an Oh, guck dir die Scheiße an da unten Komm hier oben Zieh runter Mit runter Ich schwebe zu meinem Brabus hier Wieso hab ich mich... Wie ist das nicht Lass fliegen So Deppenwald hier zu 85 Okay Hm Das kann man noch gewinnen Ah ja klar Da kommt das aus hier Lass uns spartieren, schweißt Oh, da, das kann man noch Da, siehste Every thing is possible Oh, da neben dir Direkt neben dir war einer Echt? Was? Nolo Nolo Ja, der ist da Versteckt sich hier Alter, der ist weg Ja, komm lieber bitte Hä, wieso ist er weg? Wer ist da raus oder hat sich irgendwie unsichtbar gemacht? Das können die auch ne Zeit lang So Magier, ne? So wie ich das gesehen hab Kommt jetzt einen Ja Also wir haben ja mal gar nicht gekämpft, richtig Könnte auch nicht kämpfen Bitte Wir können das Portal benutzen, oder? Puh, wohl knapp, oder? Puh, wohl knapp, oder? Ich mach's hin mir' Vielen Dank.